Schöne Messionettloft in der vollen Kernsanierung. Dann haben wir hier vorne gleich das Gäste-WC und Bad. Dann haben wir hier das Wohnbereich mit Balkon, mit großer Scheibe. Sie sehen, die Handwerker sind gut bei, aber sowas geht halt nicht von heute auf morgen. Hier könnten wir jetzt theoretisch nach oben gehen. Wie gesagt, beide Glasfenster gehen aufzuschieben und dann einen schönen Blick zur Ostsee. Fünf Meter, Sie schauen sozusagen aus dem Bett Richtung Ostsee, wunderschön. Jetzt haben wir hier gerade den Kran stehen, für das Dach von oben, für die Loft, bringt der Ware. Wir haben einen Blick zum außenbeheizten Außenpool. Mal gucken, wir mal fensterseitig ins Wohnbereich. Offenen Küchenbereich, dahinter das Gäste-WC und Bad. Dann haben wir oben den Schlafbereich, Handleiterbereich und Bad. Super schicke Messe und Nettlofts. Im Pro Haar Solitär, das Hotel der Insel Rügen. Hier wieder nochmal einen Blick ins offene Küchenbereich und Wohnbereich. Alle anderen Wohnungen sind ja fertig, im Block 2. Aber schön, fünf Meter Glasfront, natürlich super schick, super schön. Intervoll und Kernsanierung. Dann haben wir den Bodenbereich nochmal. Hier das Gästebereich. Und hier mal einen schönen Blick. Danke fürs Zuschauen, euch einen schönen Tag, schönen Nachmittag, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschü.